Dieser Tage will Russlands Luftwaffe ihre erste Suchoy Su-57 aus der Serienfertigung übernehmen, fast elf Jahre nach dem Erstflug des neuen Top-Fictors. Indessen arbeitet Suchoy bereits an weiteren Varianten der Su-57. Auch ein Doppelsitzer ist im Gespräch. Eigentlich wollten sie in Russland, wie so oft, schon etwas weiter sein. Bereits Ende 2019, so der Plan, hätten Russlands Luft- und Weltraumstreitkräfte das erste Serienexemplar des Sterl-Fictors Su-57 übernehmen sollen. Doch der Absturz des Flugzeugs bei einem Testflug an Heiligabend ließ diese Pläne platzen. Ein Jahr später erfolgt nun Versuch Nummer 2. Noch bevor 2020 zu Ende geht, soll die Su-57 mit der Seriennummer 51-002 ihre Erprobung abschließen und an die Luftwaffe übergehen. Bis Ende 2024, so meldet die Nachrichtenagentur TASS, sollen 21 weitere Serienflugzeuge folgen. Insgesamt hat Russland 76 Su-57 bestellt. Deren Auslieferung will Suchoy 2028 abschließen, wobei 2022 die ersten Jets mit den neuen Itzdeleje-30-Triebwerken zur Truppe stoßen sollen. Für die Verantwortlichen des Projekts im staatlichen Hersteller-Konsortium UAG, zu dem Suchoy gehört, ist es mit den fest georderten 76 Flugzeugen jedoch längst nicht getan. Wenn es nach UAG-Chef Joris Jusar geht, soll die Su-57 nämlich kein Einzelkind bleiben, sondern zur Grundlage einer ganzen Flugzeugfamilie werden, so wie früher die Su-27. Bezogen auf Russland heißt das, dass Varianten der Su-57 eines Tages die entsprechenden Pendants der Su-27-Familie in deren jeweiligen Rollen ersetzen könnten. Als Trägerflugzeug, Su-33, Jagdbomber, Su-34, oder als Abfangjäger, Su-30, sowie MiG-31. Um dieser Vorstellung näher zu kommen, denkt UAG auch über die Entwicklung eines zweisitzigen Su-57-Ablegers nach. Das verriet UAG-Vorstandsmitglied Andrei Jelkanino jüngst in einem Interview mit der Agentur Interfax. Das Erscheinungsbild der Su-57 könne auf Wunsch des Kunden entsprechend geändert werden, so Jelkanino. Wir sind in der Lage, das zu schaffen. Dabei hat die Herstellerholding nicht nur die eigenen Streitkräfte, sondern verstärkt auch Käufer aus dem Ausland im Blick. Es sei möglich, dass eine zweisitzige Version dieses Flugzeugs für den Export nachgefragt wird, erläuterte der UAG-Mann. Das Bedürfnis nach einem Doppelsitzer werde derzeit erörtert, sowohl von unserem Verteidigungsministerium, als auch von potenziellen Kunden. Welche Nationen außer Russland spezielles Interesse an einem Su-57 Doppelsitzer haben könnten, verrät Jelkanino nicht. Allerdings sind derlei Überlegungen nicht neu. Im Rahmen des sogenannten FGFA-Programms, Fifth Generation Fighter Aircraft, umrissen Suchoy und der indische Flugzeugbauer Hindustan Aeronautics schon vor über zehn Jahren die Machbarkeit einer auf die Bedürfnisse Indiens zugeschnittenen Su-57-Version. Damals hieß der russische Kampffiert noch Park T-50, doch Indien machte bereits damals klar, dass für die heimische Luftwaffe nur ein zweisitziger Ableger in Frage käme, analog zur Su-30 MKI, einer für Indien entwickelten Su-30-Version. Zwar liegt das FGFA-Projekt seit rund zwei Jahren auf Eis, das Interesse Indiens an der Su-57 ist jedoch keineswegs erloschen. Gut möglich also, dass Andrei Jelkanino neben Russland vor allem Indien als Markt für eine doppelsitzige Version seines Top-Fiekters im Publicat.